okay dann geht's ab die irrenanstalt in die neue und zwar nur einen abschnitt daraus ich finde das schön dass jetzt hier wieder vorher zu sehen ist man machen muss dass ich die karte vorher angucken kann ja ja das auch und aber auch dass ich schon ein bisschen was gucken kann während ich hoffe ich warte weil sonst stand ich immer so rum und es passierte nichts und dann wird das wahrscheinlich ja auch wieder weg sein du musst ja nicht mehr traum in dem sinne spiel du kannst ja alles einzeln anwählen ob ob die ob die schalltafeln sichtbar sind oder nicht das kannst du ja alles einzeln jetzt anwählen ich mache ich mag das ist das kopf wort ja das ist doch toll so jane korrigan das war von einer fischbohr und die sagen jimmy korrigan der fleck auf dem bildschirm ist immer noch ja würde ich den mal einen gehanischten briefschreiben bietfrei schicksal schreiben schick zu den mann fax okay die bilder haben wir jetzt nicht mehr diesen wenn wir auch nicht das bestimmt gefixt worden deshalb das war das update jetzt sieht es aus wie ein ölgemälde jetzt passt das ist immer noch fertig das ding jetzt ist hier die tür auf und die war beim letzten unterschiedlichen bereiche die offen sind aber wie das ist ja geil ja ja das sind unterschiedliche bereiche genau das ist ja cool es sind gibt fünf verschiedene bereiche sozusagen die man zufällig dann bekommen wenn man das auswählt stimmt nicht da waren ja zu ja trotzdem ist es aber so ist es trotzdem dass die kirche wieder hier soll es nicht hören da ist ein werbesäule also das mit den benutzerdefinierten spiel speichern habe ich jetzt noch gar nicht gemacht beziehungsweise habe jetzt ja nur ein spiel einen benutzerdefinierten bisher deshalb kann ich das jetzt auch nicht sagen weil im grunde reicht mir einer an dem ich immer wieder ein bisschen rumschrauben ja aber ich weiß kann ich glaube ich nicht wo es sind bis hier schon ende war es das wusste ich habe die tür nicht jetzt wo bist du ich habe die tür geöffnet was du das meinen solltest hier ist aber ziemlich hier gibt es ziemlich lange weiter gibt uns ein zeichen das ist ein metronom metronom ist ein toll mhm ah das ist die tür offen ja stimmt wo war jetzt keine ahnung ich sag mal ja wo eine gitarre gibt uns ein zeichen also okay die ist hier auf jeden fall da muss man aufpassen dass man seinen scheiß wieder findet in dem haufen ja wird hier sein kann natürlich nichts sagen jetzt drin oder draußen das war jetzt aber okay jetzt wird sie musikalisch nach also drin hat klavier und 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 gitarre gespielt direkt hintereinander eben gucken weil es mal eine interaktion ja passt ok dann schmeiß ich schmeiße ich mal mein foto praktisch ist stampferei ist so kann ich das irgendwie diese kameras gibt es ja nicht oh gott ich hab rein durch 66 ich traue mich nicht ja der hat ist toll das stimmt es macht spaß war eben auch schon fast wieder geneigt an den wecker zu gehen die nicht in einem raum gefunden und da hat man einen aber auch gleich doppelt so laut schnaufen wenn wir hier schlaufe ich wenn man gerannt ist sein können ich mache schon mal den mikros hier los geht auch ganz schön da so geräusche dieses schreien im hintergrund das macht es nicht einfacher ich bin jetzt hier schon im hüse büten aber ihr werdet sowas von sterben das ist schon los was war der wecker wirst du dir schon von dem wecker ich habe dann die kamera aufgestellt und dann weil ich finde wecker auch immer bedrohlich ich bin ja sowohl dass ich ein handy habe wenn ich jedes mal diese ich habe früher so ein kissen gefallen von orange clown wecker mit zu zwei kisten macht aber ja es ist ein riesenglocken dran ist noch komisches geräusch wie ein plastik gießen sie hat das von der korge auf den boden geschmissen und das hat klug klug gemacht bist du hier was willst du bist du alt okay danke ich hätte ich fast gemeldet gerade jetzt ist ja ein riesen meldeformular hier das meldeformular ja wenn du ins pausenmenü gehst neben dem mikro und jemand melden kannst du exakt ankreuzen wegen was ja ja das könnte aber auch gesperrt werden weil er zu viel melde ist ich wollte man schon sagen aber ich hätte die kamera in die falsche richtung und kind und kann mich jetzt in die kamera die falsche richtung wie gut ist denn los hier okay das sind wahrscheinlich geister ereignisse auf hoch gestellt ich heiße 50 50 chance wir verkackt kannst die kamera umstellen oder oder schaffst du es nicht mehr wo die kamera von der einen ecke in die gegenüberliegende ecke ok warum ja weil ich da glaube in ort gesehen zu haben ob ich da der ist auf der anderen seite wie immer halt wieder ich die kümmerung kriegen will so war da ist noch okay verschenkt sie die ist richtig die ist richtig in action hier also das kann man auch fotografieren ja gut aber kunststück oder ich meine das zu das zu treffen ja ja das hat ein geräusch gemacht ist so lustig wenn jemand oft niemand oft dadurch geht dann kann man das sicher machen aber dieser seite sollte man noch machen hast du ein foto berätende ja ich nach außen ja ist egal gehe ich wieder mit rein ich habe keine pill genommen ja du solltest jetzt noch ein paar pill nehmen dann ich war draußen als in salz haben mit uns hat geschnürt nach recht und ich werde sowas von sterben ja lebenss Monica tag ich den ich hab dann auch 14 geht doch ja schon mal noch hat zwar zwei nehmen nämlich zwei ja mit einem bin ich auch 50 dass ich damit auch nicht so richtig weit kommen ist klar ich nehme jetzt mal dann für den joker ja kulten ich immer kreuz mit für kult mit genau bringt mich jetzt gleich um weil ich so nett bin weiß ich jetzt schon da hast du mich ja seit ich hatte rein und wurde vom geist schießt ja das kannst du ja mal machen ich möchte es ja nicht ich nehme doch mal die andere kann man da sind nämlich nur zwei fotos doch ja dann kommen sie folgen nämlich eine neue ja ich bin unterwegs aber ich habe meine ja auch noch mal keine hektik ich habe schon mein kreuz vor mir her getragen jetzt draußen die tür gelatscht nicht wovon du spielst er hat draußen was geworfen jetzt hat er eine andere tür geöffnet welche tür denn so egal aber die wechselte lieblingsraum ja nicht haben wir nicht eingestellt dass sie das macht so da habe ich eine fotoapparate ich muss noch dingsen ich habe überhaupt nichts eingetragen hier wir hatten geister box wir hatten dots und wir hatten in ordnung genau kannst du mal durch dots laufen ja das geht aber sehr schnell ja das ist unterwegs i'm on my way nach außen oh dann krieg ich mal die tür hier raus gehauen ach komm ich würde jetzt gern so etwas ich weiß nicht ob das hingehauen hat das war knapp ja auch wir haben beide wir haben beide dots das ist cool dots geist ja fast die ganze wand voll hier der geist ist ein satz getreten beweis an der körperlichen gestalt ja ja faith ja 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 Ich habe sie jetzt ja schon geschafft, die Luft zu salzen. Ja, stimmt. Wer unser erstes Video dazu gesehen hat, der kennt es. So, ja, das finde ich, da haben wir richtig viel ermittelt hier. Hey, lass mich doch was gucken. Nööö. Wir haben das vorhin das Kreuz noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist ganz hinten rechts. Was für ein Kreuz? Das brennende Kreuz. Ach so. Ja, wieder 68 Dollar verdient. Das ist ja wie wir es echt. Unglaublich reich. Ja. Ja, ne, das ist okay. Man kann es sicher viel schwerer machen und dann wird man richtig reich. Aber auch richtig tot. Ja, der neue Pinball ist super. Auf jeden Fall. Hm. So. Was ist denn Richview with Kurt? Ja, es ist das gleiche Haus. Ist das schon immer Kurt? Nein. Tanglewood Drive haben wir jetzt, Edgewood Road und Richview with Kurt. Okay, haben sie da jetzt, haben sie nur den Namen verändert oder ist das auch tatsächlich... Ne, ne, ich glaube nur den Namen. Weiß es ja nicht. Wie es der in Crafton bleibt. Gut, sie haben nichts davon gesagt, dass sie da was umgebaut hätten. Crizen. Ähm. Nö. Zufall, ja auch nicht. Machen wir mal den kleinen Campingplatz. Den kleinen Campingplatz. Camping, Camping. Ja, muss doch jetzt kommen. Hm. Echt, ist das so? Ach, schlechtes Wetter. Okay. Ja, mal gucken, dass du so irgendwann mal die Challenge machen wirst. Ja, du kannst auch den Schwierigkeitskarten komplett aufzufeilen. Challenge. Ja, cool. Okay, dann. Ja, neues Camping. Kleinerer Campingplatz. Aber wenn der da jagt, dann bin ich egal. Vielleicht kriegt doch die Türen von den Zelten noch eh nicht zu. Also da habe ich da echt verloren. Ja, nicht nur du. Aber wir hatten eben die eine Beleuchtung gesehen, ne? Wir haben diese große nicht angemacht. Der beleuchtete Baum hat man nur. Sieht ja so toll aus. Der Strom ist am Klohäuschen. Mal wieder. Ja. Ich glaube, den würden wir auch ohne Karte immer ganz gut finden, weil... Was? Ähm, da war da schon... Habe ich da schon irgendwie ein Zelt gehört? Ich wusste es doch. Ja, geil. Ja, trotzdem mal nach gebackenen Bohnen suchen. Guck mal, ob das... Ne, leider. Foto für nicht. Du suchst gebackene Bohnen? Ja. Okay. Aber ich würde echt gerne mal wissen, wann das mit den Knochen gilt. Also... Ach, guck dir das da mal an! Moment. Oh mein Gott, ist das süß! Hier bleib' ich. Wo bist denn du? Ach da. Guck mal, vom Blatt Glühwürmchen. Oh. Ist das toll! Love it. Hm. Ist das was denn das Gelbe? Äh, ich glaub' nein. Meine Sachen liegen davor. Ach da. Punk! Boah! Was hat er denn geworfen? Weiß ich nicht. Bist du hier? I'm close. I'm close. Bist du ein Kind? Bist du alt? Jetzt sprichst du nicht mehr mit mir, oder was? Ähm... Was willst du? Nö. Wenn die Stimme versagt, weil der Hals braun ist. Zu viel Werbung. Ja, Werbeopfer. Ähm... Ach so, ich wollte ein Buch hinlegen. Ich vermisse ein bisschen, dass wenn ich das Buch hinlegen will, dass das unten auf dem Boden schon so schäbenhaft erscheint. Ja, das habe ich ja gesagt. Die weißen Konturen sind bei... Ich bin nicht... Bei keinem... Ja... Finde ich... Nicht gut. Der hat... Boah, der hat aber... Der hat aber... Der hat aber... Der hat hier komplett geschmissen. Der hat den... Aua! Kannst du mal aufhören, hier? Ja. Hier gleich was. Also wenn man... Spuren... Kann man den... Spuren... Kann man den... Den Baum ausschalten, oder ist das egal? Äh... Kegelt hier gerade. Ja. Kann man den Baum irgendwie ausschalten? Ähm... Weiß ich nicht. Ich glaube da ist ein Org. Ja, sonst sitzt da. Kann ja nur ein Org sein. Schmissen. Sag mal... Jetzt hat er aber richtig losgelegt. Hat ins... Hat ins Buch geschrieben. Gegegelt. Und ist durch... Dings gelaufen. Alles mehr oder weniger gleichzeitig. Ha! Oh, Fußabdruck. Moment. Ich brauche das Buch, aber... Nicht als Fußabdruck. Ach so. Geisterbuch. Ach so. Ja, das ist ja doof. Na gut. Mal austesten. Vielleicht ist ja gar nicht so doof. Den habe ich eigentlich... Ja, vielleicht ist es nicht doof. Kann sein. Kann sein. Moment mal. Wie viel ist denn da überhaupt hier? Zwei. Okay. Ja, ich hätte auch nur zwei. So, was haben wir denn? Ähm... Wir haben... Box und... Buch... Und... Hatten wir noch was? Oh... Ach... Buch haben wir. Das lustig jetzt zum Beispiel. Ja, weil ich das gerade... Ja, weil ich das gerade... Hatte ich dir gerade gesagt in der Aufzählung, was er alles gleichzeitig gemacht hat. Ja gut, dann... Ja, ich war abgelehnt. Ja, ich weiß. Okay. Das ist ein Mare. Ja, wir müssen den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Das geht so nicht. Ja, wollte ich ja. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Das ist ein Ereignis. Das ist ein Ereignis. Bewegungssensor. Räucherstädtchen reinigen. Okay, alles klar. Ein Bewegungssensor, das... Machst du Sensor? Ich reinige. Ich mach... Ich mach Sensor. Wo? 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 Geh nicht? Ich sehe nicht, das ist ein Zelt. Ne, hier steht der Zelt. Das ist ein Zelt. Ich bin gerade auf den Zug gelaufen und habe vergessen, wie man ein Räucherstäbchen anmacht. das war aber hat funktioniert da unser buch und habe ich geschmissen durch bewegungsdienst durchgelaufen oder müsste eigentlich heute da geworfen nicht jetzt ist er danke also schiebt sie warum schiebt sie das ist echte v-updrücke von ganz nie ganz zu spät bis sowieso nicht sind ja jetzt erst noch eine stunde wir machen noch zweieinhalb stunden ja das macht jetzt macht jetzt wann das ist ja das ist eine der neuen maps ein kleinerer campingplatz so wir haben habe ich eingetragen war habe ich mich nicht eingetragen okay kann man wir können ja die neue anschalt können wir jetzt noch ein paar mal durch das spielen das ist ja klar da werden wir wohl im laufe des abends alle bereiche sehen so der geist war ja klar und wieder 68 jahre nächste so warte mal ich guck mal eben schwigkeit jetzt machen wir mal ein bisschen was mal in der zeit licht an machen ja mach das es ging echt schnell abnehmen rate der sanity abnehmen rate der sanity in dunkelheit können wir auch ein bisschen höher machen braucht unbedingt einen schlauen lichtschalter ja genau also die sanity lädt sich jetzt nicht mehr um 40 auf sondern nur noch um 30 finde das ist okay abnahmerate der sanity in dunkelheit ist jetzt doppelt so hoch sprinten machen wir natürlich an sprinter drei sekunden ist okay aufladen des sprints fünf sekunden was ist denn wenn ich mehr mache sechs sekunden ist das höchste aber war sechs sekunden geschwindigkeit des spielers bleibt taschenlampen an auch okay geist geschwindigkeit des geistes lassen bei häufigkeit des herumwanderns mittel mal eben gucken was bei hoch ist naja aber hoch ist wechsel des lieblings raums war ja machen wir niedrig dass er den raum auch wechseln kann menge an interaktion okay die interaktion wenn man die etwas niedriger machen dann kriegen wir auch einen höheren multiplikator bei geistereignissen geben wir dann auch wieder auf mittel ist natürlich nicht schonfrist fünf vier drei dauer der jagd mittel okay tote verlängern dauert der jagd also ich sollte mal da erhaltende beweise bleiben aber erst mal bei drei würde ich sagen chance der fingerabdrücke 100 prozent wenn wir das mal auf 75 prozent machen dann kann es sein dass er mal keine hinterlässt obwohl er welche hat zu 25 prozent hinterlässt er dann keinen dauer der fingerabdrücke kann auch ruhig weniger sein dann sind wir nämlich schon auf 2,9 so zeit für den wie viel zeit vergeht bis der geist jagen kann ja null mehr geht ja für uns nicht offene türen machen wir mal auf mittel anzahl verstecke machen wir mal auf mittel dann sind wir jetzt nämlich beim multiplikator von drei schon aktivitätsmonitor sicherungskasten zu beginn aus finde ich kann sich auch eine persönliche hölle zusammen klicken ganze ja anzahl verfluchter besitztümer das ist ja wenn du da mehr hast aber dann geht es runter okay ohne besitzt über kriegen wir sogar ein multiplikator von 3,5 aber wir sollten einen drin haben ja und das ist zufall okay dann würde ich sagen nehmen wir das mal so und spiele noch mal sony videos restriktet würde ich sagen ja oder die großen map wird man mal ein bisschen mehr sehen ja aber da bist du echt wieder lange unterwegs da ne dann macht die restriktet weil du kriegst ja bei restriktet sowieso auf der uhr alles zu sehen achso der kito meint grad wegen türen offen aber ja wo waren sie denn ja aber ändert auch nichts sondern ein multiplikator ist also egal lassen wir mittel so wäre bereit ich dann auch ja ja das wird bestimmt mit den restlichen einstellungen zu tun haben ich finde die schlüssel so toll die kannst du ja dann zeigen so ja jetzt sind ja sinnvoll an der stelle dann kann man direkt aufmachen ich meine die art der schlüssel halt ja ich weiß aber es ist auch schön dass sie hier sind und dann vergisst man sie nicht so leicht weil na gut wir haben sie eh nie vergessen ja zuletzt zumindest nicht aber früher haben wir sie oft vergessen bis wir uns irgendwann um die schlüssel gestritten haben dann haben wir sie nicht mehr vergessen schlüssel gestritten drücken drücken das andere ziehen ah ich wollte uns nur mal anmelden Es ist so schlimm Gib uns ein Zeichen Wir würden aber dumm gucken, wenn dann hinter der Rezeption der Geist auftaucht Oh, das Gewitter hört sich auch sehr gut an So, gucken wir mal, wo es diesmal entlang geht Oh, hier geht es runter diesmal Runter? Achso, ja Ja, okay Das ist doch normal, aber gar nicht so, oder? Doch Die Gäuse Treppe runter? Ja, die zwei Treppen Okay, dann Ein Pentagramm Sehr hübsch Ich mag diesen Raum hier sehr Ja, ich auch Schön beleuchtet Tolle Schleifblutspuren da am Boden Sehr schöne, sehr schöne Blutspuren Ja, wunderbar Da musst du noch mal die Ästhetik erkennen Wo bist du? Aber hier geht es gar nicht weiter, ne? Ne Das ist ein Regal davor Okay, gut, dann ist es im Keller Ich geh mal runter, ja Ja, ich komm mit Das ist nett Da ist auch dicht gemacht Oh, da hört man auch den Regen nicht mehr Hier ist Stille, krass Stimmt Ja, so ein bisschen hört man ihn noch Ah, da ist der Sicherungskasten Den haben wir beim ersten Mal gar nicht angemacht, ne? Ne, das stimmt Ich geh mal grad auf Whisky, Whisky Aua Ich kriege nie Ah! 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 Mit kalten Atem, ne? Wie? 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 Haben wir gefriert Hatte Atem, ja Vier gefriert Warum ist die Heizung an schon? Schon friert's Ganz normal Wir haben noch keine Knochen Ne Ja, die sind richtig gut aus, sie sehen aus Kasten Das ist alles Ah, ich find's, Sunny Medos ist toll Ist es auf jeden Fall Boah, hier kann man ja noch weit laufen Ist auch wieder schön Blut Wieder schön Blut, ja Schön Blut So, was sagt der? Oh! Was ist denn los? My Nusenity Die geht nicht schlapp unter, ne? Ne, es wird klar 34 übrigens Tendenz sinkend Das ist jetzt erstaunlich Mann, ey Kann man hier eigentlich Licht anmachen? Blöde Frage Hier sind auch gar keine Lichtschalter Hier hab ich einen Ja, hier geh ich jetzt eh raus Ja, den Gängen ist die Frage Sind der Lichtschalter? Keine gefunden Wahrscheinlich sind die nur in einzelnen Räumen oder so Boah Gewitter ist Wow Das ist richtig dumpf im Ohr So Wo war der Chatzelein? Das finde ich eine Ausgabe Ich mach diese Ah Ich mach dieser Pfosten da so wahnsinnig Oh, das ist das denn hier Wow So Da drin war er, ne? Ist hier jemand explodiert? Das ist ja komplett Komplett die Binde voll geblutet Danke für den Ohrwurm Was? Danke für den Ohrwurm Ob jemand explodiert ist? Ernst, explodierte Freundin Achso Die war dann wohl in dem Raum Ja Freie Kunst, ja Oh, ne Gummizelle Oh cool Schnell wieder raus Sonst behalten sie dich Ja, dann sowieso Oh Ja, ja Ja Und ich laufe in die Arme Ich komm hier nicht raus Ich komm hier nicht weg Ah Äh No Boah Ähm Ja Könnt man mein Herz bummern aufhören? Das ist ganz schön laut Huch Was wird das denn? Boah Das Also die müssen ein bisschen an der An der An der Balance der Lautstärke arbeiten Das Helmut jetzt viel zu laut hier im Gibt's auch nicht Mal heben Ja Herzschlag, wenn du tot bist Oh, dort Wer hat noch gefriert, ne? Das war auch noch Ja Jura oder Oni Ich muss jetzt mal eben die Lautstärke Mal in der Zeit ein bisschen runterdrehen Das ist ja Ja, vor allen Dingen Habe ich einen Herzschlag Erst dann, wenn ich tot bin Vorher hatte ich keinen Also Ja, also Bin der Meinung Er hat eben F5 Und kein Orb Und damit wäre ich fertig mit der Geschichte Was hat er denn noch? Das ist ein Oni Ja, Dots und Gefriertemperaturen Damit fallen Fingerabdrücke weg Buch Box Und es bleibt nur noch EMF5 Oder Geister Orb Und ich sehe in der Kamera nix Und Ja Ich würde gerne Warte mal kurz Man hat hier eben ein EMF4 Achso, hier Oh, bei mir geht's draußen Jetzt auch wieder ungemütlich Achso, ich kann ja durch Türen einfach durchlaufen Ach, das ist jetzt schön Man sieht die Türen, aber man kann durchlaufen Er hört meinen Herzschlag? Ne, ich höre eher meinen Herzschlag Ja, aber du bist doch tot Ja Ja Ja, aber Lexi war ja ganz weit weg Warum sollte ich Keine Fotos gemacht Nur den Beschwörungskreis Boah, Leute Könnt ihr euch mal bitte Beherrschen da bei mir im Haus? So Du kannst abfahren Ja, ich will da nicht mehr rein Außerdem ist es langweilig Hast du eingetragen? Was hast du jetzt eingetragen? Ich war eingetragen Oh, ohne Oh, ohne So, ich habe den Sound Werden sie dann demnächst mal ein bisschen runterfahren Ach, der hämmert da im Kopf Für mich hämmert hier was ganz anderes Ja, aber warte mal, bist du mal auch mal Ich hoffe, du stirbst heute mal Also nur deswegen Ja, nur wegen der Erfahrung Dass du mal Weißt, wie laut das ist Ganze 32 Dollar Haben mehr Sag mal Ich habe 6 Dollar Ähm Moment Was wollte ich? Achso, das mache ich gleich wieder Okay Wir machen Gut, machen wir den Hallo? Was? Was wollen wir machen? Ja, weiß nicht Noch doch was Zufall Nee, wir wollten doch einfach mal die Vielleicht mal ein bisschen erkunden Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht Willst du es dann im Minus komplett machen, oder was? Ich will halt einfach mal nach dem Kreuz gucken und so, ja Ja, okay Wie du willst Tut er sie jetzt davon Job Ja, komm Ich möchte auch gerne mal das brennende Kreuz sehen Ja Hier ist ja okay Als erstes mal hin Ich würde jetzt als erstes mal wieder meine Luftschlecke hochdrehen Boah, das ist doch schlimm, wenn jemand hier klopft und du merkst, dass du nur deine Füße vibrieren Das ist so ätzend So Jetzt wird es wieder vernünftig regen Ja, ich habe aber insgesamt das Gefühl, dass ein paar Sachen zu laut und ein paar Sachen zu leise sind Da stimmt was noch nicht so ganz Ich mache das nicht Ich schuld Jo Gib uns ein Zeichen Das wollte ich doch sagen Hier geht keine Treppe runter Hier ist ja auch die Treppe nicht Ist ja hier War dir ein weiter? Ja, hier Ach so, deswegen habe ich das nicht gepeilt Okay Bin ich ja gut So, ich glaube, ich mache mal meine E-Mail-Fan Aber hier ist immer ein Gegenstand, ne? Irgendwie Ja, gut, der bietet sich an, ne? Ja, aber Dann fällt der Knochen halt nie da Der alte Knochen Ja, wir waren Sightseeing-Tour, das stimmt Führung durch Saniminus Genau Das Kreuz muss hinten, also hinten durchgehen, quasi durch den Park durch Ich finde zum Beispiel diese Hintergrundgeräusche, die recht gruselig sind, die könnten etwas lauter sein Ich nehme die immer nur so ganz Ja, das Problem ist, wenn die lauter sind, dann kannst du vielleicht Oh, da ist der Park Ähm Mit dem eigentlichen Geist verwechseln, meinst du nicht? Nö Müssen wir mal das Labyrinth hier mal angucken Ach, hier geht's runter Ja, aber da draußen, ich weiß nicht, ob da jetzt das Safe Zone ist Das müsste ich dir auch nicht sagen Oh, da Na gut Da liegt ein Kissen auf dem Boden Wo bist du? Wie viele Wecker hier sind Da liegt auch noch einer Ein raumvoller Wecker Gib uns ein Zeichen Ist gut Oh, Waschmaschinen Okay, sind vorbei, Arcade Paradise Waschbecken Ich würde Ist das ein langer Gang hier Nachdem wir jetzt Strom anhaben Glaub ich, dass es Sinn macht Temperatur zu messen Ich würde sagen, wieso ist es, wieso leuchtet es hier rot Hier ist Asche Und hier ist die Ah, hieß die Leichenhalle Leuchte Ist das bei dir auch so rot dann? Hattest du das auch mal zu da drin warst? Kann ich dir jetzt nicht mehr sagen Weich Ich bin eh gerade draußen Ähm Wie geht es mit? 81, du auch Um die 80 Alles gut zu wissen, danke Ich nehme jetzt mal Oh, Kürbisse Kürbisse Sind wir schon auf Halloween Modus Ja Tontöpfe Was ist das denn? Tontöpfe oder Uhren? Ne, normale Tontöpfe Aua Ich bin hier nie wieder raus Glaube ich Zumindest nur, dass man das jetzt nicht sieht Was ich da jetzt gerade mache Ne, was du machst Boah, ey Das ist so heftig Jetzt komme ich hier wieder raus Puh Schule Jetzt müsste ich aber langsam mal an diesem Kreuz da ankommen Oder bin ich jetzt Da ist ein Knochen Ich denke, es ist eh mehr fang Ja, schau Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man im Park nicht die Jagd werden kann Was ist das denn jetzt? Das geht ja ewig, wenn man es kann nicht spielen Ah, jetzt bin ich wieder Okay Bin ich einmal rumgerannt Bin ich einmal im Kreis gerannt Hab das, hab das, das kreuz nicht Okay Komisch Okay, gut Am wenigsten bin ich raus Ist schon mal, wird's gut So Hä? Hä? War ich denn da gleich mal rum? Das muss doch da sein Ach, da sind die Waschmaschinen Genau Und das Kreuz muss quasi sein Wenn du aus dem Raum raus gehst Und da die nächste Übernächste Tür rechts Und irgendwie da müsste das Kreuz sein Also zumindest sieht es so aus, als wär's da Aber vielleicht ist es doch die Leichenhalle Die ich damit irgendwie Genau Was ist denn da rechts, wenn du da raus gehst? Hier ist Küche Okay Da müsst ihr jetzt rechts an der Wand quasi Noch was rein Da ist eine Tür Ja Und die habe ich vergessen So das Kreuz? Wow Das sind hier los Ne, da ist Klamatorium Kürze Kohle Oder Heizung Keine Ahnung, wo das Kreuz da ist Sonst Hallo Luna Hallo Luna Ein Friedhof, echt? Ne, keine Ahnung Hier ist noch eine Tür Aber ne, das ist nur ein Nebenraum davon Ne, dann habe ich Oder ist es Kreuz im Keller Könnte natürlich auch sein Stimmt, ich kann es vergessen Es gibt ja auch im Keller Äh 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 Äh, ne Sieht nicht so aus, aber okay Ich habe zwischendurch Ich gucke mir so viel Umgebung an, dass ich zwischendurch gar nicht auf den Thermometer gucke Das ist so Das ist so Wo man jetzt ein bisschen das Problem hat Ich habe aber auch noch kein Geist gehört, ne? Ne Ne Bis auf die Atmosphärischen Geräusche War da noch nix Okay Und der andere konnte man hier auch Na, vielleicht Weiterbildung für die Ah Jagt er Der jagt Ja Soviel zur Sightseeing-Tour Und jetzt habe ich wieder lautes Herzklopfen. Es ist nervig. Komme ich hier wieder raus? Ich will raus hier. Oh, ich habe den letzten Stuhl gefunden. Ja, ich kann leider nicht viel Sightseeing-Tour machen, weil ich sehe ja jetzt nicht mehr so gut. Ja, das ist sicher, aber man sieht halt sehr nebel. Das macht es nicht besser. Oh, hier die Kante, das ist nicht sauber gearbeitet, da müssen sie noch was machen. Na du, ach du siehst mich ja gar nicht. Nee, aber ich habe ihn weder gefunden, noch habe ich größeres Interesse. Ja, von mir aus auch okay, weil für mich ist das jetzt auch relativ uninteressant hier. Naja, eben. Weil ich nichts sehe. Keine Ahnung. Warte, ich trage irgendwas ein. Wir nehmen einen... Aber es war mal ganz gut, das mal gesehen zu haben. Okay. Achso, ne, hier kann ich ja gar nicht. Geister. Nein, nicht Geisterbeweise. Äh... Ach komm, machen wir mal so. Da. Handtun. So. Ja, war mal ganz nett. Aber kein Kreuz gefunden. Dämon, ne. Ne, der hätte, glaube ich, vorher zugeschlagen. Guck nicht. Hm. Ja, ich glaube, es ist schon besser, wenn wir da nur kleine Teile von machen. Und da den Geister finden, ist ja echt schwierig. Aber das ist wirklich riesig, das Ding. Deswegen. Aber ich war ja beim ersten Mal da gar nicht durch, deswegen hat es mich interessiert. Das war es denn jetzt? Ein Mimik. Ein Mimik. Guck mal, da war ich genau dran mit dem Handtuch. Ja. Aber ich habe 30 Dollar. Weißt du, ich habe 90 Dollar gekriegt? Ne, ich habe 102 Dollar gekriegt. Ja, ich habe 21 Dollar für den Toten. Ich habe 102 Dollar gekriegt. Ich habe ohne den ganzen Scheiß mehr verdient. Ja. Ja. Dein Gehalt mitgekriegt. Ich habe 21 Dollar, das musst du als Tote auch erst mal verdienen. Ja, ja. Ja, gut, aber das ist ja noch normal. Nee, ich habe eben immer 6 Dollar. Was heißt eben? Echt? Einmal 6 Dollar habe ich eben verdient. Guck mal, machen wir mal ein normales Häuschen, oder? Ja, okay. Ja, wir können ja immer so ein bisschen im Wechsel machen. Ein normales Häuschen, dann machen wir nochmal den neuen Campingplatz. Genau. Dann machen wir nochmal ein Stück aus der Anstalt. Genau. Und so weiter und so fort. Willow, machen wir die Willow nochmal. Katzen Tools angucken. Genau. Wir ehren nochmal die Katze. Aber das habe ich wenigstens mal gesehen. Das habe ich wenigstens mal gesehen. Das habe ich wenigstens mal gesehen. Das habe ich immer noch nicht. Blöd. Guck mal, was das ist. Wieso ist denn hier schon ein Foto? Ist das immer so, dass da schon ein Foto am Anfang ist? Da habe ich noch nichts gesehen. Ich frage mich nur, warum? Ist das einfach nur willkürlich? Einfach nur das Hausfoto wahrscheinlich? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ah, Räucherstäbchen. Schäbchen. EMF. Okay. Pardon. Äh. Kannst du... Kannst du... Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe irgendwie eine Hand verloren. Kannst du ein Screenshot machen, bitte? Sag mal F12. Sag mal F12. Ja, habe ich. Kann ich das? Nee. Du steckst mit der Hand in der Wand drin. Ja, aber kann ja nicht. Doch. Du hast jetzt die Taschenlampe in der Hand für mich. Bei mir hast du die Taschenlampe in der Hand. Kann ich denn... Ja, ich kann die Taschenlampe auch anmachen. Ja, ja. Aber ich sehe sie. Doch, jetzt sehe ich sie. Jetzt ist die Hand doch wieder weg. Ja. Ist gut. Jetzt kannst du einen Clip draus machen. Ja. Das ist immer lustig. Achso, jetzt habe ich wieder so leise. Äh. Es ärgert mich. Da steht schon die Tür auf. Ja gut, aber dieses ist ja bei uns zufällig. Oh, die Katze. Die Katze ist hier. Da ist auch schon was gefallen. Ja, die Katze als Geist wäre, ich könnte man ja theoretisch auch machen. Aber... Soll ja keine böse Katze sein. Oh. Was habe ich denn jetzt fotografiert? Interaktion. Nicht vor der Heizung knieend. Ah, 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 ah. Welche was? Ja, es hilft ja nichts mehr zu fotografieren. Wieso nicht? Achso. Ich suche den Stromkasten, der war doch hier, oder? Die Tür nennen das die. Ich glaube auch hier sie trotzdem mal für die Interaktion. Ah ne, der Strom im Keller. Achso. Das ist ja eigentlich auch mein Weg in meinem Keller. Ja, aber gut, jetzt bleibe ich oben. Ich habe auch seit dem Update noch nicht einen Knochen gefunden. Jetzt werde ich eigentlich weiter an. Hoch, Fernseher geht an. Ja, ich habe... Oh, okay. Oh. Ja, süß. Aber dann ist er im Flur. Also komplett durch, ne? Ja. Wobei... Wir haben nicht mal komplett durch, ja. Der Fernseher, wenn du jetzt überliest, das ist ja genau eine Grenze zur Küche. Saugt aber ganz gut. Ja, im Dunkeln, ne? Das ist ja unser... Ich habe das ja höher eingestellt. Ja. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Was? Ach, ich habe mir noch eine Antwort erwartet. Fah! Hat er gesagt. Fah! Hat er gesagt? Fah! Achso, fah! Achso, fah! Fah! Achso, fah! Fah! Hat er gesagt. Fah! Fah! Ja. Fah! Stimmt, wenn man F gedrückt hält. Moment. Kann ich dann das... Aber das Buch kann ich nicht drehen, glaube ich, oder? Nicht so was... Nee. Nee. Ja, aber fah! Ja, aber fah! Ja, erzähl doch immer Scheiße! Bist du hier? Oh, das schaut ins Buch. Wo liegt denn das Buch? Hier. Oh. Ich kann mich nicht entscheiden, wo ich die Kamera hinstelle. Hier. Das war für jeden. Jetzt hat er hier wieder was gebrochen, da hinten. Oh, ich habe den Dot vergessen. Ach, Mann. Bist du ein Kind? Bist du alt? Was willst du? Was willst du? Oh. Das. Das. Der hat's drauf, sag ich dir. Du hast 49 Prozent. Ja, ja. Ich bin ja gerade unterwegs. Ja, ist klar. Tja. Hab ich jetzt... Nee, hab ich nicht. Klack. Aber du schenk mir die Kamera hier. Das ist eigentlich... Bisschen Salz. Der EMF hat wieder einen riesen Fehler. Der tutet bei mir die ganze Zeit. Echt? Ja. Non-stop. In der Küche. Ach, ist der Innenhof. Ja, okay. Nee. Okay, bei mir ist es kein... Was bei mir tut der EMF nicht? War ich gerade... War ich gerade dort? Ich bin mir nicht sicher. Wieso sind denn in der Küche Licht an? Hast du in der Küche ist doch kein Licht an. Und erst in der Küche Licht an. Durch die Kamera. Ähm. Das muss ich mir jetzt angucken. So, was er jetzt... Muss ich mal eben beweisen. Wir hatten... Box. Haben wir noch was gehabt? Ja, Buch, oder? Oder nicht? Ach ja, Buch. Stimmt. Ja, mir piept's immer noch. Ne, hier ist auch ganz schön. Oh. Oh. Na, mir ist ja immer noch ein Dreier... Dings. Boah. Ausmachen. Ich bin mir auf die Nüsse. Ähm. Ja, da sind noch ein paar kleine Fehler drin. So viel kann man schon mal sagen. Oh, der hat ja jetzt schon ordentlich aufgeräumt. Ja, aber alles zu verschmerzen irgendwie. Keine Riesen-Bugs, finde ich. Dots? Haben wir doch Dots? Na, echt Dots? Ich war mir nicht sicher. Ja. Ja, in der Küche sind jetzt die Dots. Ja, wir haben noch mal einen Dürrung. Uuuuuh. Ach, ich will da jemand etwas hören. So, du kannst... Ne? Ich nehme mal noch ein Kreuzand. Entschuldigung, das gehört. Ähm. Welcher Stäbchen könntest du mal machen? Ja. Okay, dann kann ich das kurz doch nicht. Machen wir noch eins. Wenn ich jetzt in die Küche... Bist du hier? I'm close. Mhm. Sprich mit uns. Sag etwas. Was willst du? Wo sind jetzt die anderen? Wieso höre ich die nicht mehr? Ach, du hast sie in der Hand. Willst du ein Date? Oh, nein. Date habe ich gesagt. Ja, er hat sich leicht verhört. Willst du ein Date? Was? Hallo? Kannst du uns hören? Kannst du uns hören? Kannst du sprechen? Oh. Magst du sie? Hast du Hunger? Machst du Pizza? Machst du Pizza? Machst du Pizza? Machst du Pizza? Machst du Bilder? Ich glaube, der spricht nicht weiter. Aber es war gut. Es war nett. Das war schön, ja. Okay. Gut. Dann haben wir es ja. Ein Diogen und wir können fahren. Also habe ich ihn schon eingetragen. Tagesaufgaben. Mediziner aus. Überleben nur mit der Steuerungslastung. Habe ich keine Lust. Und 0% geistige Gesundheit. Wie hatte ich noch nicht? Da arbeite ich heute aber noch dran. Hilfe. So. Fahren, fahren, fahren. Ja, das habe ich mir auch kurz überlegt. Er schmeißt so viele Bilder runter, wie er getötet hat. Das wäre mal ein schlauer Geist. 124. Das ist ja mal. Sehr viele XP. Aber ich level ja ohne Ende. Also das Leveln geht verdammt schnell. Ja, das geht schon. Vielleicht brauche ich auch irgendwie Level 2000, um vom Praktikant aufzusteigen. Ne. So. Machen wir den. Ja, nochmal Camp Woodwind. Ja, Woodwind. Mh. Ah ne, stopp, stopp, stopp. Ja, wir haben noch nichts drin. Wir haben noch nichts drin, ne? Ah, super. Na gut, dann hätten wir die Tagesaufgabe erfüllt. Ja, genau. Echt? Das zählt? Ja, aber das... Ja. 10 Dollar oder so. Ja. Ja, ist... Vielleicht passiert uns das mal aus Versehen, dann ist das okay. Ja, fast passiert. Ja, eben. So, jetzt mal gucken, dass ich meine Hand behalte. Ah, immer dieses Flattern da am Anfang. Hast du eine Taschenlampe genommen? Ja. Angeblich nicht. Ah doch, jetzt schon. Hä, da ist irgendein Bug. Naja. Es gibt einen Taschenlampe-Bug. Ja. Ich hab nicht geguckt, wo der Strom ist. Ich auch nicht. Ah! Aber da ist er. Das war ein Geriffe. Bist du hier? Wo bist du? Das ist ein Zeichen. Ich muss noch mal zum Fliegelhörnchen gehen. Es sind keine da, aber es regnet. Ach, scheiße. Ja, sowas. Ja, aber finde ich gut, dass... das auch durchaus voneinander abhängig ist. Bist du hier? Bist du hier? Mit uns ein Zeichen. Bisher zeigt der wenig. Da fehlt noch ein Gegenstand. Ich meine, es ist ja schon nicht so groß hier. Naja, eigentlich nicht. Wo bist du? So. Acht, da ist ein ein Bücherbrett. Scheiße, wie geht das denn jetzt noch? Warum muss ich das vorher? Anklicken oder muss... Da. Ne, ich sehe nichts. Was musst du machen jetzt? Ähm, wo bist du? Ähm, wo bist du? Ich sehe das gar nicht, was das macht. Äh, bei mir liegt nur das Teil da jetzt drauf. Wo bist du? Ähm. Wo bist du? Ähm. Weiß nicht, geht irgendwie auch nicht. Ich kann es auch nicht. Wo bist du? Mach es doch nochmal aus. Kann es nicht ausmachen. Ich muss gut beisagen. Ich muss gut beisagen. Goodbye. Das passiert nicht. Das reagiert mich auch nicht. Das hat das Dings da drauf gemacht und danach... Oh, Entschuldigung. Mh. Das ist aber kaputt. Ja. Was mich jetzt aber mal interessiert. Ist das aktiviert? Ne. Ja. 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 Keine Chance. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich kann mich weg. Nein. Hast du jetzt gesehen, wo er herkam? Nö. Wo bist du? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Okay, jetzt gib mir ein Zeichen. Ach man, das ziehe ich jetzt. Ich wollte gerade gucken gehen, ob meine Sanity jetzt dadurch runtergegangen ist. Ich habe ja geguckt. Du hattest nicht... Ach, da liegste. Was hatte ich nicht? Du hattest noch genug Sanity. Echt? Ja. War nicht schlimm. Dann haben wir ja einen Dämon. Du hattest um die 60 rum. Na gut. Dann muss vielleicht kein Dämon gewesen sein, aber könnte. Da liegt eine Dose. Wieso liegt jetzt der... Ach so. Bist du hier? Liegt hier ein Joint? Ah ne. Pfff. Lexikon hat es... Ja. Wenn ein Lexikon das aktivieren könnte. Da ist eine Dose, aber wo kam die Dose her? Und den Tisch? Ne, das hat keinen Zwieback so. Ne, das war jetzt aber auch doof. Wir machen das nochmal. Wieso? Ach so. Ja, du kannst natürlich gerne noch ermitteln, wenn du möchtest. Kann auch noch sterben. Kannst auch noch. Ja, der ist hier. Aber da ich schon tot bin... Da ist er. Kriegst du leider dann ja nicht das... Oh. Ja, das ist halt... 55 habe ich nur noch. Ich habe schon eine Dingens-Tablette genommen. Das ist wahrscheinlich, weil das Brett noch da drin liegt, angeschaltet wegen mir. Und ja. Ja, genau. Die Jagd ist da auch. Und du warst aber ja draußen, als die Jagd losging. Ja. Da hat sich der Geist gedacht... Ja gut, dann nehme ich ihn. Das Brett war kaputt. Ich möchte das anfangen. Ja, du hast es kaputt gemacht. Nein. Die hat ja überhaupt gar kein Ding gesehen, das ich da verschieben könnte. Okay, okay. Die haben wahrscheinlich beide dran rumgefummelt. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ja, ich gehe davon aus, dass es das war. Aber der Exiko ist nicht schlecht. Ja. Gestorben. Minus 50 Prozent. 45 Dollar. Ja, ist okay. Aber der ist doch mal. Ja, wir haben auch noch mal. ich mache das irre dass ich jetzt mal ernsthaft hier ja bitte kann und wenn dann nur nur eine person ja ja immer nur ja aber du sagst es ja bei dem passiert nichts ist aber ich habe dann umgefummelt heißt doch nicht dass du dann rumfummeln soll doch genau das heißt es den knochen gefunden ich habe generatoren nach jetzt ist wieder zu leise uns anzeichen aber ich finde schon mal schön dass es jetzt nicht mehr regnet zu wenigen zeit noch mal gucken wo bist du du machst hier die zeit auf oder bist du hier uns ein zeichen okay ich habe hier ein zeichen ich wollte mich nicht interaktion gesundheit ich wollte gesagt geister allergie 77 jahre geht man auch schnell runter mit sind die ratsch wo nachbarn ich komme bist du hier was willst du was willst du was willst du was ich eben gestorben bin aber es schon ja meine ich habe mir vorbilder ist genau deswegen wegen einer kaputten heute erst verliert meine hand oder hast du auch verpasst wie ich meine hand verloren habe ich weiß nicht mehr so schon länger her ich glaube das hat sie noch ich würde hier jetzt vor wieder nur ein kreuz sieben grad sechs grad joa hatten wir schon ok 60 wo ist mein rotoapparat was haben wir denn nur aufgaben noch kerze ausblasen imf misket beweise für das übernatürliche die so haben wir das nicht gefunden oder doch haben wir haben wir ja ok dann wäre es nicht kann ich auch mich ich auch mich und jetzt kerzen und ich habe die katzen durfte man jetzt nicht mehr einstecken oder was probieren ich nehme die kerze und dann ist sie aus sobald er die nicht mehr in der hand trägt ist sie jetzt wieder aus du kannst du jetzt nicht einfach so ach so extra normal campingplatz ich habe ich hier dauer ton offen so ein buch oder dort ich gehe davon aus dass es eher buch ist du gehst davon aus »Minea« »M Beauty« »Minea« »Minea« »Mitte« »Minea« »Muttering« »Minea« »M evaporator« »Minea« »Mann dem ist der kann man jetzt wahnsinnig machen fußabdruck kann ich jetzt bitte mal das buch jetzt dritter die ganze zeit da hat das buch dann war dann ist es schön dann ware los aber die kerze ist noch nicht sind dass du die kerze denn das zelt gestellt aber sie auch nicht vielleicht war ich das so schön auf und das falsche zählt ja auch gut passiert so las mal aus dem ding hallo assini junge mach mal worten junge mag jetzt hat das okay dann fahrmama haben zahmama aber sie haben bisher noch nichts umgestellten in anderen häusern ist wirklich alles so geblieben ja wir haben jetzt aber noch nicht viele andere häuser gesehen dass ich jetzt mal leise machen muss das nervt ja guck mal das an das wird steht hier im regal steht immer wieder bei dir auch ja wahrscheinlich hast du es verwendet hast ne ja bei mir steht dann wahrscheinlich nicht dann hat die die und die wirbelsäule sich da oben aber warum nur die wirbelsäule und ich dir nur die wirbelsäule ich hab doch viel mehr gefahren ich sehe das würde auch ja die wirbelsäule aber warum nur die dies die habe ich die habe ich gesammelt die wirbel sollte ja ich habe ja heute auch schon immer gesagt die vielleicht ist ja mein kasten hier einen anderen kasten und da weiß ich auch weiß ich nicht oder wir brauchen zwei wirbel sollen damit jeder drin ist nur wenn jeder eine hat dann kommt jeder rein vielleicht ich habe keine ahnung ja manche musste man zweimal glaube ich sammeln aber da gehe ich davon aus dass das so sachen sind wie wir hatten ja aber wir müssen nur eine hat dann normalerweise meine genau und ich habe ja auch erst eine wirbelsäule gesammelt eine gesammelt ja dann machen wir noch mal einmal sony minus restricted und danach machen wir mal wieder ein einfaches haus 1 was wir noch nicht hatten heute noch nicht hatten machen wir noch mal tänge gut danach dann zum beispiel und bereit und start haben wir reingestopft aber dann wohl nicht mal eben gucken leben sie nur überleben sie noch mit sich ja okay überleben kann man ja auch in dem richter pferd das stimmt ja dann jetzt alles da ist von bonnen ab die hat ist vorher reingestopft das ist interessant ja wenn wir keine sachen dabei gehabt hätten das ist die neue irrenanstalt die ist extrem gruselig den knochen ich höre was wissen da wieder bild von der wand gefallen ja so was ja gut ich gehe trotzdem mal noch in meiner lieblingskirche ja ich wollte auch noch ein bisschen gucken ja die tür ist jetzt zu ne ja die sind zugenagelt ok ja jetzt müsste mal soll ich mal probieren nee probierst nicht ja doch ich möchte jetzt wissen ob es funktioniert das möchte ich möchte ich nur dann machen wo bist du wo bist du ja du musst auch mit ja läuft ja manager 33 prozent goodbye warte mal bis zu tabletten genommen hast bevor ich da wieder reingehen ja ich habe mich auch gar nicht mehr leben drauf das ist so aus wenn es dumm läuft das in der mann ist schon mal nicht das ja gut der schlecht ja auch nicht sofort zu genau die klingel ist in der los spülen das habe ich auch schon gedacht so dachte du hättest auf b gedrückt die ganze zeit weil ich höre ich höre ich ja aufgestellt habe ich vergessen dann ist klar dass es nicht geht so jetzt bin ich wieder auf ordentlich power der letzte hat uns den pelz über die ohren gezogen da ja das war nicht gut das hat überhaupt gar keinen spaß gemacht ich nehme das mit natürlich die fotografie dabei du hast einen drin dann kann ich nämlich naja die sache gefriert gefrierst ja gefrierst ja gefrierst bist du hier wo bist du was willst du bist du ein kind bist du alt er spricht nicht so was habe ich denn noch und da habe ich jetzt ein räucherstäbchen das war die tür auf nicht zu fassen ja welche tür hat er hat er von dem raum stück hast du ein vorderberat habe ich jetzt einmal nähe die muss haben wir hier schon knochen gefunden nein gerade ein bisschen ein bisschen was ja hier auch rumrödeln ich höre schon so durchlaufen hier bitte ich habe gerade menschen gehörte sich unterhalten haben ich gehe wieder scheiß auf die fußabdrücke ich habe gerade einen hauch gekriegt ja genau ja jagte ja oder da läuft vorbei das schlimme ist man hört selber nicht das haben sie nämlich jetzt auch anders gemacht wenn der weiß ich nicht mehr 20 meter weg ist hörst du einfach nichts mehr und so hörst du dann auch nicht ob eine jagd überhaupt noch stattfindet ist ja ein bisschen übel dachte ich hätte dort gesehen wenn wir nicht sicher ja ob er in der nähe ist weiß man dann das richtig aber mir wäre lieber ich würde hören wenn die jagd aufhört und sitzte da zwei stunden in der ecke das kann ich keinen gesehen haben kann sie nicht aber es ist noch alles drin buch fünfer und box so ob sie ich eigentlich kein moment was haben wir denn jetzt aussage früher finger abdrücken da ist der box hat er hat er nicht bisher dann buch und fünfer ich würde sagen du nimmst jetzt noch eine runde tabletten ja muss ich ja oder meine ja sind ja nicht stimmt jetzt muss ich trotz ich weiß nicht dass ich dir die gäbe weiß du kannst auch gerne alleine reingehen das ist nicht ja nicht wie eben muss ich buch 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 ich brauche ich habe die tür auch hier ver- oh bo με an 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 oder leuchte kurz aus alter ja der wollte ganz zu dir ist ich stand in der palme weiß ich hänge irgendwie in der palme da vorne überhaupt gar nicht versteckt und ich hörte nur wieder dauernd an mir vorbei ist und dann hat er mir am ende noch angehauen gehaufte das jetzt ja doch ich hab das gehört war schön weil ich jetzt ja mal vorher städtchen könnte ich noch machen aber darauf geschissen ja aber dann bist du gleich tot wenn du jetzt da reingehst das hat bei mir noch nie funktioniert mit der abwehr mit den räucherstäbchen abwehren nein einfach nur so ne ja schon nix bei bei aber okay bei bei sie nein nicht wegschmeißen nimm sie die palme ist gut kannst du bleiben da ist die tür ich glaube hier mit meinem stummel vom das hat noch nicht mal was geholfen was du da gemacht hast ne das hab ich mir schon gedacht weil ich werde ja während schon auf der jagd ist ja das ist ja das wann wie soll man denn eigentlich damit abwehren wenn man das nicht anmachen kann in dem moment wo er einen jagt also da hat es ja das hat bisher noch nie geholfen irgendwie das hat nicht geholfen aber angekriegt habe ich schon aber ja angekriegt habe ich sie auch aber die wunderpalme das ist echt die wunderpalme ja gut dann dann eben nicht das ist mir jetzt auch zu doof jetzt ist er mir zu ist doch kein versteck die blöde palme aber ich ja aber du findest in dem moment da auch nichts anderes das ist eigentlich der einzige punkt wo du dich verstecken kannst ja dann fahr mal dann fahr mal dann fahr mal ach daemon juhu wenn wir das mit dem pelz über die ohren ziehen ja schön war net ja doch net ja wir leben beide noch und es ist ja das ist das unglaubliche daran jungen 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 zwei mal als lebensretter das wäre nur 107 echt für diese gefahr gefahr muss man kurz ins oh ja stehen denn drin oh tingleboot 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 ja 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 ja